Wir sind keine Mönchengühe, wir sind keine Trappisten, wir dürfen Bier trinken und Fleisch essen und auch reden. Die Kirche ist eine provisorische Kirche. Die richtige Kirche wurde nie gebaut. Warum? Weil die Mission abgefallen hat. Gehen, hinausgehen und alles Geld und Personal wurde benutzt, um Missionsstationen zu errichten. Die Kirche ist eine große Kirche. Die Kirche ist eine große Kirche. Die Kirche ist eine große Kirche. Ähnlich ist eine große Kirche. Die Kirche ist eine große Kirche. Die Kirche ist eine große Kirche. Amen.